Ich liebe Trompete spielen, aber oft fehlt mir einfach die Zeit zum Üben oder um Kurse zu besuchen. Denn die meisten Termine passen einfach nicht in mein Leben. Sie kollidieren mit meinen Arbeitszeiten, sind am Wochenende oder viel zu weit weg und mit hohem Reiseaufwand und Kosten verbunden. Aber jetzt habe ich Blasmusik.digital entdeckt. Eine Schulungs- und Seminarplattform für Musiker. Endlich kann ich mein Wissen auffrischen und Neues dazulernen. Und das ganz flexibel und bequem von zu Hause aus. Einfach Ticket buchen und zum Online-Seminar mit dem Laptop oder Smartphone einloggen. Mit meiner Trompete kann ich die Übungen dann gleich mitmachen und über den Live-Chat stelle ich die Fragen direkt ins Studio. Das macht richtig Spaß. Dazu bekomme ich noch Skripte, Noten und eine Teilnahmebestätigung zum PDF-Download. Und wenn ich doch mal verhindert bin, dann ist das kein Problem. Denn alle Seminare stehen noch 5 Tage nach dem Live-Termin per Video zur Verfügung. So kann ich ein verpasstes Seminar auch mal nachschauen oder Wichtiges wiederholen. Ich bin wirklich überrascht über das einfache Format und sehr zufrieden. Und das sage nicht nur ich, sondern bereits auch über 22.450 begeisterte Teilnehmer. Neugierig? Dann buche jetzt auch dein musikalisches Live-Online-Seminar unter blasmusik.digital.